So, hey Leute, ich bin's Murat und ja, heute spielen wir dieses Game, vielleicht kennen es schon ein paar Leute, die zum Beispiel Stanley Justin oder sowas gucken, so, ja, dann beginnen wir mal. Not really, but he's got a package. Don't get your hopes up. We've already checked if anything useful, haven't we Dave? What? Yeah, yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. I don't want to lose my job. See you around. Free to go. I thought that was good. Hmm. So, jetzt können wir einsetzen. Ich nehme dieses Drehelf. Oh, so cool. Oh, es hat auch funktioniert. Dein. Oder? Ja. Es hat nicht funktioniert. Okay, nicht funktioniert. Ja, ja. Ei. Okay, nicht funktioniert. Ich mach nochmal einen Moment. Geh nochmal. jetzt nehmen wir dieses andere cool das hat auch nicht funktioniert das ist der einzige Punkt, man! okay das ist ein feiler, das ist ein anderes feiler Na, der Pfeife. Das. Oh yeah. Okay, okay. Jetzt noch mal. Jetzt weiß ich, wie das geht. Wir müssen da so drauf drücken. Yeah! Oh. Come on. Jetzt yelled at him. Hey, he's escaping. Jetzt gibt es einen Scooter. Oh! Die Tür. Jackpick. 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 Nochmal. Hier sind diese Dinger hier. Ich glaube, das war jetzt ganz gewonnen. Aber ich glaube, das war jetzt ganz gewonnen. Ja. 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 der Beating. While he was in the bag, he was unconscious! This is absurd! The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There were millions of bags of money in that bank and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot and the witness thought everything was over. He was coming back to Haunton now. You guys can't... This can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Okay. 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 This time. Give me this ring. He's asleep. I'll be stopped. He needs to move. He needs to move. He needs to move. Mm-hmm. He is sleeping. And he's sleeping. Ich bin hier schnell geworden. Uh, zu mir ist. Okay, das hat nicht funktioniert, Leute. Nochmal. Ah, egal. Nein. Ich sag mal, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bei YouTube. Thanks for watching. And please subscribe. Peace out.